Seit einigen Wochen zieht die Türkei schweres Kriegsgerät an der Grenze zu Afrin im Nordwesten von Syrien zusammen und lässt die Außenbereiche der Region, insbesondere jesidische Dörfer, nahezu täglich von schwerer Artillerie und Raketen angreifen. Afrin ist eine mehrheitlich von Kurden bewohnte Region, in der auch hunderttausende Flüchtlinge Zuflucht gefunden haben. Ein Krieg gegen Afrin muss unbedingt verhindert werden. Das forderten auch viele in Europa lebende Kurden bei einem gemeinsamen Protest in Brüssel. Wir stehen heute in Brüssel vor dem Europäischen Parlament und Kommission mit vielen kurdischen Freunden und protestieren gegen die Angriffe der türkischen Armee auf Afrin im Nordwesten Syrien. Europäische Staaten, NATO-Staaten müssen auf die Türkei einwirken, dass die Angriffe sofort auf die Menschen, auf die kurden, jesiden, alawiten in Nordsyrien sofort beendet werden. In Brüssel, in Belgien, in Brüssel und in Brüssel, in Erdogan bin, haben wir wieder in den Konzept. In Dr. Köln-RaED-Geran von Beinen, und in die Türkei einwirken, in die Türkei einwirken, und in der Türkei eine schwarze. Ich habe Schlagze. Wir sind heute hier, um darauf aufmerksam zu machen, auf die jüngsten Ereignisse, dass die Türkei in Afrinie viele Zivilisten bombardiert und dadurch auch Unschuldige sterben und trotz allem nicht damit aufhört. Und mit unserer Demonstration wollen wir erreichen, dass vielleicht mehr Leute darauf aufmerksam werden und diesbezüglich dann was geändert wird, auch von europäischer Seite. Weil die Türkei in die Türkei vom Zivilisten von Überzeugung an den gegen die Türkei der Türkei kommt mit einem solchen Falken in dort auf x-chést. Deshalb werden wir in die Türkei die Türkei nach 14.000W bekommen, und die Türkei von den Türkei mit diesem Aufmerksam zu gehen. Wir haben die Türkei von der Türkei in den Türkei, die wir in die Türkei mit den Türkei in den Türkei zu erreichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017